Hallo Leute, heute mal ein bisschen was anderes. Heute geht es nicht um Videospiele oder Tutorials, heute geht es mal um Headsets. Und zwar habe ich zwei Headsets für euch, die preislich sehr günstig sind, aber ob sie auch was taugen, das verrate ich euch jetzt. Und zwar geht es heute mal um das Sony Headsets, leicht modifiziert, genauer Name und warum erkläre ich gleich. Und dann hätte ich noch ein JBL Headsets, auch den vollen Namen hier von Gleich. Das Ganze habe ich natürlich für euch getestet auf meinem PC und auf meinem Samsung Galaxy X Cover 3. Und ja, fangen wir direkt mal mit dem Sony Headset an, würde ich sagen. So, ich habe euch ja gerade schon den kleinen Screenshot von der Amazon-Seite gezeigt. Es ist das Sony MDR-ZX100AP und das Ganze mit Kabel, genauso wie das JBL. Weil ich einfach finde, das verbraucht weniger Akku, mein Handy ist jetzt auch nicht mehr das neueste. Von daher möchte ich schon irgendwo ein bisschen Strom sparen, weil ich das ein bisschen verschwenderisch finde mit Bluetooth. Da müssen sie noch dran arbeiten, bei den Handys und Akkuqualität und so weiter. Aber kommen wir jetzt erstmal zum ersten Headset. Hier sehen wir es jetzt für 18 Euro, mit Versand 3 Euro um drauf. Ihr könnt es aber auch im Fachhandel kaufen, dann habt ihr die Versandkosten da nicht. Aber was kann ich denn jetzt zu dem Headset an sich sagen? Also erstmal finde ich ganz ehrlich, dieses Headset, die Bügel sind nichts für mich gewesen. Die sind tierisch groß und spannen überhaupt nicht. Also ich hatte da das Problem, dass das ziemlich locker saß und dadurch dann auch das Problem entstand, dass sehr oft Geräusche von außen an mein Ohr gelangt sind. Und ja, deswegen habe ich die modifiziert und größere Ohrmuscheln dran gemacht, damit ich dann die Ohren auch da stehen und rein kriege und das Ganze dann halbwegs gut verschlossen ist. Das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen größere Ohren hat oder keinen Riesenkopf. Weil ansonsten passt das alles nicht ganz so gut. Weil, wie gesagt, die sind ziemlich lose. Daher erster Kritikpunkt hier. Ich finde sie schön zusammen zu klappen. Sie passen überall rein. Mikrofon ist hier auf der linken Seite. Ich finde es auch ansonsten qualitativ sehr hochwertig. Also das Mikrofon funktioniert tabellos, so wie ich es damals auch von der PSP gewohnt war und von der PS Vita. Die beiden hatten bei Skype auch ein mega gutes Mikrofon drin, wo ich einmal erlebt habe, dass ich Musik gehört habe spontan und mich nebenbei in einer Skype-Konferenz unterhalten. Und dann aber der Ton sehr deutlich von beiden rauszuhören war Musik wie auch meinerseits und man da keine Probleme hatte, mich zu verstehen. Und sich sogar der ein oder andere ein bisschen gewundert hatte, obwohl die Musik über Lautsprecher gelaufen ist. Ja, aber das nur so als Beispiel. Also Mikro gibt es nichts zu sagen. Ich finde es aber ein bisschen stumpf. Also es klingt ein bisschen sehr flach, wenn ich das benutze, wenn ich aufnehmen will. Sehr stumpf finde ich aber auch dann von den Sound, von den Lautsprechern, die im Headset verbaut sind. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Leider. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Bass gewünscht, ein bisschen mehr Volumen, aber hier kriegt man halt leider nur den Standard. Aber für 10 Euro, ganz ehrlich, da kriege ich andere Headsets für das Handy von bekannten Marken. Die kosten 30, 40 Euro. Und ich kriege nichts Besseres geliefert. Also da würde ich sagen, wem es genügt, wer ein billiges Headset braucht, der ist hier definitiv nicht falsch beraten. Kaufempfehlung geht daher trotzdem raus. Kommen wir jetzt mal zum JBL. Ja, hier habt ihr dann auch nochmal ganz kurz die Amazon-Seite gesehen. Der JBL T450. Vorweg, wir haben diese hier besser gepackt. Die lagen direkt nicht an. Und wir haben hier eine bisschen andere Klappmechanik. Noch dazu, das Mikro ist hier auf der rechten Seite. Ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig in meinen Augen. Da ich vorher immer auf der linken Seite geklickt habe und jetzt auf einmal auf der rechten Seite. Ist dann ein bisschen blöd, natürlich. Aber naja, ist eine kleine Gewöhnungssache. Wir haben hier einen Preis von 25 Euro im Laden. Wie auch bei Amazon. Bei Amazon dürften aber nochmal 3 Euro Versand obendrauf kommen. Zum Mikrofon erstmal. Ich finde, vom Telefonat her ist es kein Unterschied zu den Sonys. Dafür aber in der Aufnahme. Da finde ich den Sound einfach ein bisschen besser, ein bisschen ja, ein bisschen volumenlastiger, würde ich hier sagen. Es klingt fülliger, es klingt echter. Nimmt aber auch gleichzeitig ein bisschen mehr von der Umgebung auf. als wie die Sony zu den Kopfhörern an sich, den Lautsprechern. Hier haben wir reine JBL-Qualität. Also wer die Bluetooth-Boxen kennt, der wird die Dinger lieben. Auf meinem Kopf lagen jetzt die Bügel so, dass es dann auch dicht war und ich dann auch gar nichts bis nur sehr geringfügig was gehört habe, wenn ich was von der Außenwelt mitkriegen wollte. Der Klang an sich von den Kopfhörern muss ich dazu sagen, mehr Bass. Einfach voller Sound. Also ich habe das Gefühl ich höre hier richtig gut Musik. Wie ich das von manchen Anlagen kenne. Einfach mal richtig den Sound aufgedreht und dann ging das voll ab. Hier habe ich dasselbe Gefühl, bloß halt dass ich Kopfhörer auf habe. Also ein sehr schönes Klanggefühl. Hier kriegt man wirklich was fürs Geld geboten und das für 25 Euro. Ich finde die JBLs an für sich auch besser. Ich kann aber beide empfehlen um mein Endfazit zu geben. Also die Sony wie die JBLs sind top. Bloß die JBLs würden wenn ich mich entscheiden müsste und ich sage ey ich habe jetzt 30 Euro zur Verfügung was nehme ich dann würde ich zu den JBLs nochmal greifen denn die sind ein bisschen besser wirklich nur ein bisschen aber gerade wenn man so wie ich gerne qualitativ hochwertigen Sound in der Musik hat dann wird man das lieben diese Kopfhörer zu tragen weil sie einfach einen Top Sound wiedergeben bei vielen guten Liedern wo es dann auch wirklich auf einen starken Sound einen guten Hochtöner etc ankam lagen die JBLs von New Tracks auch besser da hat man es dann gemerkt beim guten Gitarren Riff bei Classic Rock und bei einigen sehr starken Stücken in der klassischen Szene und natürlich auch einigen sehr Bass lastigen Songs in der Elektroszene nur um das mal als Beispiel zu nennen aber ansonsten muss ich sagen tun die sich beide nicht sie sind gut ich würde die Sonys wie gesagt mit extra Ohrmuscheln und Kleber würde ich mal einfach hingehen und da neue Ohrmuscheln dran machen denn dadurch hat man dann einfach mehr vom Sound und nicht so viel Nebengeräusche von außen ja das soll es aber von mir gewesen sein Kritik unten in die Kommentare ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal ciao